Hi Leute, hier ist Boven mit Tony, zock'n bisschen Team Fortress 2, wie ihr seht, ne, mit dem Shishi Boy mal wieder. Ja, und geiler Musik gemeinsam bei uns. Also ich höre keine Musik. So, wenn ich raten darf, mischte ich gerade auch dem Server bei Joined. Wow, scheiße, geh weg mit deiner scheiß Blackbox. Ihr habt mich vergessen. Alter, scheiß die Wand an. Kann der mal, bitte. Boah, scheiße. Spoil. Stirb. Welches Team bist du? Oh, rot. Ich bin blau. Ja, dachte ich mir, weil du die Musik nicht hörst. Nein, das liegt auch daran, dass ich Ton gerade aus habe. Achso. Paul, mir hat irgend so'n... Alter. ...Typ den Platz weggeschnappt. Ach, Mist. Alter, weißt du, wie der mich ankotzt? Na, die sind scheiß Musik und ich kann nichts machen. Alter, kann ich mir wenigstens. Ja, New Players. 352 Minuten, ne? Frank-Bor. Ja. Geil. Scheiß, ich brenne. Alter, endlich. Das Büro. Cool, ich hab ihn umgebracht, aber trotzdem. Oh, fuck, Mann. Ich brenne, ich werde sterben. Ich schieße einfach noch ein bisschen, bevor ich sterbe. Oh, ich lebe noch. Scheiße, da kommt der nächste Büro. Boah, geiler Air-Blast von Max Dühl. Geiler, der ist. Ach, komm, wollte gerade mein... Dings, oh, geil, der hat den Regenbogen. Ich seh' wieder meine zwei Stunden auf dem Server. Ha? Max Dühl. Ja, ey, der suchtet immer voll, aber er kann nix eigentlich. Einer Stunde zahlen 50 Minuten und 34 Sekunden. Ich will nicht, der Bauern ist in der Blackbox. Ich geh doch sterben, der Bauern mit der Blackbox. Oh. Ach, komm, Bro. Alter, trifft er mich noch. Ach, du bist der Bauern mit der Blackbox. Nein, wir sind zwei Bauern mit der Blackbox. Nett. Boah, Max. Ja. Deine FTP-Folge hat schon deine Aufruf für meine auch irgendwie. Nicht deine FTP-Folge, nein. Ja, ja, ja. Deine FTP-Folge hat ja nur noch fünf Leben. Du kleines Arschloch. Julia. Ja, ich mach gleich aus. Was? PC? Hä? Ah, wunderbar, jetzt aber... Komm schon. Oh, what the fuck? Ja. Alter, wie ich gerade überhaupt nicht aimen kann. Nein, allgemein, total, allgemein, im Ganzen, wie ich, äh, gespielt habe. Hä? Dinger. Ötzge, 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 Ötzge. Oh, jetzt download into die Map. Ötzge, könntest du mal aufhören? Es macht so ein ekliges Geräusch. Ey, Ötzge. Ja? Das mit dem Steam-Guthaben hat jetzt irgendwie doch funktioniert. Irgendwie habe ich mitten in der Nacht irgendwie eine Mail gekriegt, dass das gut geschrieben wurde. Ach, Steam braucht halt immer ein bisschen. Warte, geh jetzt, lass es mal. Was be... Okay. Ich kack dir gleich ins Gesicht, ey. Das schaust du nicht. Mama. Jetzt geht, was ich alles schaffe. Ich glaubst du mal. So, Simpsons, ab FTV, äh, VTF? Ja, das kann bei mir auch irgendwie, das ist neu. Cool. Dann lieber das auch. Ja, das ist mir klar. Will irgendjemand meinen tollen Spray sehen? Wo ist das denn? Rote oder blau? Ah, äh, ich überlege. Äh, Shishi, wo bist du? Gehen blau, der ist Shishi. So, da ist Soldier Boy. Soldier Boy, jetzt geh, sag ihm was über Soldier Boy. Das ist eigentlich der Soldier Boy. Nein, ein Blackbox-Bauer ist der Soldier Boy. So, ich dachte schon. Aber der ist ziemlich gut. Ich hab mich einfach mal stumpf. Lol, das ist ja cool. Ich hasse euch alle. Ich gammel hier die ganze Zeit rum und jetzt bin ich tot. Mann, ich bin so schlecht. Ich muss noch mehr zocken, damit ich wieder besser werde. Das ist ja geil. Was los? Dies riesige, ähm, hier vom roten, äh, letzten Stützpult. Ist so ein riesiges, äh, riesiger Monster, äh, Dingenspray gesetzt worden. Der ist da immer. Der ist von, äh... Achso. Irgendwann, wer von euch hat Aphora? Ja, ich ja nicht. Hattest du mich schon mal gefragt. Wer ist dieser Bauer mit der Blackbox? Das ist Blackbox-Bauer, Mann. Das ist doch mal schöner. Das ist ein Blackbox-Bauer. Ja, er ist tot. Wenn mich dieser Kack-Sniper nicht mal langweilen würde, jetzt mal, eine Zeit lang, dann würde ich jetzt nämlich... Oh, geiles Spray. Ah, Hilfe. Du hast gesehen. Alter, der scheiß Julian steht schon wieder da oben. Und heißt... Da sind Direktschlag-Bauer, ey. Und 50 Leute, die mir Stickbommens für die Füße scheißen, ey. Das bin ich. Das ist einer, der dir 50 Stickbommens für die Füße scheißt. Ja, natürlich, wer sonst? Ja, ich scheiße immer mal, und hat ein Sticky-Ballens für die Füße. Für 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 würde. Genau, auf jeden Fall für die Füße. Ja, vor die Füsche. Sonst geht das ja auch nicht. Nur vor die Füsche. 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 Das ist aber nicht sehr nett, Gamer-Kiddo. Treffe ich eigentlich mal? Was? Ich wollte Snipern. Wieso davon nicht mehr Snipern? Soldier ich halt ne Runde. Oh, Soldier Boy. Stop being such a Jew. Was? Ich soll kein Jude mehr sein? Ich glaub, der spricht mit Weißler. Oder mit Soldier Boy. Ich hol mir bald jetzt was für Dings, für... äh, bald in Fortress, was damit ich Premium werde. Max, du kannst nicht spielen, ha, ha, ha. Ha, 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 Esker. Esker ist heute schon wieder so witzig. Genau. Ja, ich hab jemanden umgebracht. Verdammt. Wer ist der Bauer mit der Blackbox? Utra-Kiel. Wir haben glaub ich nur noch einen Bauer mit der Blackbox und das ist Soldier Boy. Der ist kein Bauer, der ist einfach nur gut. Oh, ich hasse ihn. Weil er mich hier die ganze Zeit umbringt. Ihre Leber? Ach so, meine Leber lag da rum. Ich wart hier einfach mal an einem Teleporter-Eingang. Teleporter. Ja, der Teleporter-Eingang wird mich auch... Welches Team bist du jetzt eigentlich? Ach so. Ich bin rot. Fick dich. Ich glaub ich, ich hab kein Metall mehr. Ah! Ah! Nein! Ja, ich hab dich umgelegt. Nein! Ein HP hat der noch. Oh, Soldier Boy, geh doch weg! Ich hasse dich, Eslon! Oh, voll pissen dich doch! Ich hasse dich, Eslon! Also, Max, du lässt er die ganze Zeit irgendwie scheiße laufen. Ja, ey, ich hab den Rengor schon gemuted. Ich hab ne Idee, was ich jetzt mache. Ich hoffe mal, dass funktioniert. Ah, oh, ich brenne. Oder, ich bin schwer verletzt. Ey, da musst du jetzt springen! Nein, ich hab grad ne Pipe in der Face! Oh, welcher... Hilfe! Was ein Penner! Hilfe! Haha, in der Luft gesnallt. Oh, du hast dich selber getötet. Alter! Ja, ich hab mich selbst getötet bei dem Versuch, ein Rocket Jump ins Hauptquartier zu landen, um mich wieder zu healen. Hast du die, äh, Rocket... Nein, nicht Rocket Boots essen. Ich hab momentan nur den normalen Rocket Launcher. Unschau. Alter, zwei präzise Schüsse und diesen beide weg. Fuck! Ich bin nicht der beste Spy. Nein! Echt! Man erkennt Max Dill sofort, weil der die einzige ist, mit einer Sprechplase, die dauerhaft über seinem Kopf schwebt. Was steht da? Alter! Ja, die Sprechblase... Was ist doch? Komm schon! Das ist fies! Alter! Du solltest mal ein bisschen Scout spielen, damit kommst du ins Hauptquartier, ohne dich selber zu verletzen. Wer? Ja, da war der Spy. Ja, da war der Spy. Der Boofmild Spy. Boofmild Spy? Ja. Jetzt... Max Dill! Ah, existing! Ich hab dich voll von hinten abgestochen. Ahhhh! Du Arsch! Sneaky Revolver. Gamer Kiddo. Don't be such a kiddo. Slash and Burn. Cool. Die Rungenschaft erhalten die neue Flamme. Ja, bei mir heißt das Ganze im Englischen Slash and Burn. Ja, bei mir auch. Da kommt ein Scout von unten. Ich hab den Kram stumpf auf Englisch gestellt, damit ich... Es regnet Soldier, kann dagegen mal jemand was unternehmen? Da ist der Boofmild Spy schon wieder. Der Boofmild Spy. Der hat den Dead Ringer schon. Ich brenne, das Elfer kann nicht sehen, das ist voll schwul. Ich bring dich auch mit meinem Messer. Ah, du hast also die, ähm... Den Dead Ringer. Sirius... Der Boofmild Spy ist wie... Ich bin jetzt wieder unterwegs. Ich bin zwar nicht... Ich bin zwar nicht gut, aber auch sehr schlecht. Aber egal. Nicht gut, aber auch sehr schlecht. Ja, ich weiß. Ich bin nicht gut, aber auch sehr schlecht. Die Beschreibung des Jahrhunderts. Hier rennen irgendwie... Hier rennen irgendwie zu viele Leute rum. Nein! Er hat mich erwischt! Nein! Sie hat mich erwischt! Ich bin tot! Au!